so alex neuer der wievielte donnerstag ist es dritter donnerstag im monat neues glück auf jeden fall der ist cool sehr cool fangen wir an wie immer oder mit einer kleinen vorstellung während noch unsere zuschauer eintreffen und starten dann ins getümmel möchtest du uns nicht ja heute anfangen durchzuführen sehr gerne ja hallo zusammen mein name ist alexander geibig ich bin gründer und geschäftsführer der affinity gmbh wir sind spezialisiert auf die aufbereitung und bereitstellung von unstrukturierten daten und daraus eben wertvolle informationen für unternehmen zu extrahieren vor allem im bereich industrie baubranche und daraus ist auch die datenpartnerschaft mit bilder da entstanden und daraus wiederum ist dieser webcast entstanden genau so ist es und wir von bilder da liefern quasi die basisdaten vor allem oder für all das wir haben ja die informationen zu den einzelnen bauprojekten die dann eben durch alpha affinity aufbereitet und in diesem großen maße dann abstrahiert werden wie wir das gleich sehen werden ansonsten das kerngeschäft von bilder da ist natürlich dass wir unternehmen dabei helfen margenstarke projekte gezielt zu gewinnen das heißt falls das oder die firma affinity für sie ein spannendes thema sein kann melden sie sich gerne im nachgang bei uns sie sehen da auch am ende noch mal unsere kontaktdaten eingeblendet dann können wir da gucken ob es sich eben gemeinsame business cases finden lassen gut zum thema heute alex aber spannendes mit gebracht richtung energiewirtschaft genau das ist unser kleines spezial thema heute so ich glaube du müsstest mich noch zum präsent oder kann ich das auch ich kann das auch selber sieht man den bildschirm jawohl jawohl super dann starten wir doch gleich rein wie immer beginnen wir mit dem überblick die zahl der projekte einmal die absolute zahl und dann noch mal zur besseren vergleichbarkeit in der dachregion normalisiert ja es ist leider immer eigentlich die gleiche geschichte ähnlich wie auch andere indikatoren deutet es leider relativ lange schon bergab der optimist in mir der möchte da einen kleinen aufwärts haken in deutschland erkennen aber ich befürchte dass es fernab von irgendeiner signifikanz das kann auch eine saisonale schwankung sein ja genau das ist natürlich immer immer ein bisschen bisschen schwierig zu sagen bei diesen kleinen bewegungen ja willkommen dann ja auch noch zu anderen punkten können wir dann mal schauen was die vielleicht noch andeuten moment hoffen wir müssen erst mal auf eine stabilisierung auf möglich würde ich sagen ja das ist glaube ich noch zu früh hier für eine besserung ja aber wir haben auch wir haben auch diesmal eine gute nachricht mitgebracht hier erst noch mal auch wie immer die kategorien die wichtigsten da sehen wir jetzt auch eigentlich nicht wirklich was neues industrie immer noch ein bisschen über über den anderen über den anderen werden im vergleich also auf basis 2019 aber ja auch da auch nicht rosig weil ich mal vor allem was hat auffällt ist dass es überhaupt keinen sektor gibt der jetzt da irgendwie signifikant die anderen outperformen würde oder der dann quasi relativ auch im ganzen baumix wenn man so will nach oben trennen würde es läuft ja alles relativ stark seitwärts wenn man es ja betrachten wollen würde also ja kann man nicht mal behaupten dass irgendwie ein bereich besonders von der schwäche der anderen profitieren würde dass irgendeiner besonders stark jetzt nachgefragt würde das kann ja glaube ich gar nicht so machen da gibt die gedanken die wir mal dazu hatten gerade nach dem ganzen gerede über großen investments in die infrastruktur war unsere hypothese ja eigentlich mal zu sagen pass mal auf wir sollten wahrscheinlich die rote kurve ihren abstand zu den anderen vergrößern sehen aber auch das scheint ja nicht wirklich der fall zu sein ja ja genau eher im gegenteil und ich meine ja vielleicht das ist natürlich immer so ein bisschen der der nachteil an die diese vierten kurven das anschaut so wenn man es mal vergleicht mit dem hoch ist das eher sogar noch mehr zurückgegangen also wir hatten hier eigentlich zeitweise ein höheres Niveau und dann jetzt ist es eigentlich wieder ja nichts wieder bei dem bei dem rest der der werte und ja interessant genau wir können mal noch jetzt in die auf uns anarbeiten standard kurven schauen genau die die erzeuger preise auch weiterhin seitwärts da tut sich im moment nicht allzu viel trotzdem natürlich wir sagen es ja immer wieder immer noch auf einem einem sehr hohen Niveau ja der new normal ähnlich jetzt bei bauzinsen auch hier sagen wir mal eher seitwärts genau im moment ist da ja auch nicht ganz so viel bewegung drin ich meine man redet jetzt wieder über zinssenkungen langsam genau müssen wir da einfach mal schauen wie sich das weiterentwickelt davon hängt natürlich sehr viel ab also sobald die das kann man eigentlich sich schon denken sobald die zinsen wieder sinken dann wird auch wieder die das interesse an immobilien wachsen und damit dann natürlich auch wieder das interesse an neuen neuen projekten steigende preise und so weiter hier haben wir ein thema das ja auch eher noch mal nicht so schönes thema ist wir haben hier wieder die das haben wir uns auch öfters in der vergangenheit schon mal angeschaut die insolvenzen diesmal haben wir uns mal der wird jetzt auch kürzlich veröffentlicht darum sehr aktuell der frühindikator von vom statistischen bundesamt der ist halt gesamtwirtschaftlich das ist nicht speziell für die baubranche aber wir fanden das ganz interessant weil wir hier jetzt eben zum ersten mal wieder seit gut hier hatten wir es kurz aber eher so vom trend her jetzt zum ersten mal wieder diese ja das 100 prozent level überschreiten also das vorkrisenniveau das ist der wert 2000 normalisiert auf 2015 der index das heißt jetzt sind wir schon an dem punkt also ja schon schon eher im oberen bereich auch dessen was wir jetzt vor 2020 gesehen haben daher könnte man sagen ja jetzt normalisiert es sich überhaupt erst mal weil das ja alles ausgesetzt war aber jetzt wird es dann langsam schon wieder nicht mehr ganz so schön und eigentlich würdest du ja auch wenn man sich die zinssituation aus der vorherigen folie noch mal in erinnerung ruft mit einer gegenreaktion rechnen also eigentlich müsste ja jetzt wo geld wieder was kostet und sich die leute wieder mehr gedanken machen wohin sie das geld stecken beziehungsweise auch kredite nicht mehr so leicht zu erwerben sind die unternehmens insolvenzen häufen weil während corona häufig da die rede von irgendwelchen zombie unternehmen also die sich eigentlich nur aufgrund der zinslosigkeit überhaupt noch finanzieren konnten über wasser gehandelt haben die müssten jetzt so langsam anfangen der reihe nach hops zu gehen absolut absolut ich meine sieht man ja auch hier zum beispiel viele start ups die jetzt ja mit dank billigem geld fragwürdige geschäftsmodelle finanzieren konnten aber ähnlich ist es halt in allen branchen weil halt eben ja kredite verfügbar waren vielleicht auch eigenmittel leichter zugänglich waren weil niemand wusste wohin mit dem geld aber die zeit hat sich jetzt geändert und schauen wir mal ob sich das wieder mal wieder zurückkehrt oder ob es jetzt erstmal so bleibt wenn die zinssituation in etwa auf dem niveau bleibt jetzt dann dann werden wir das mit sicherheit sehen dass das dass die insolvenzen weiter ansteigen vor allem es kann dann ja auch kettenreaktionen geben das ist ja oft gerade in der baubranche gibt es ja oft sehr hohe forderungen die bestehen die dann vielleicht nicht gezahlt werden und wenn dann der 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 kunde der eben noch große offene posten hat bei einem ausfällt dann kann das ganz schnell natürlich auch andere auch andere unternehmen betreffen also das muss man natürlich auch bedenken und was auch aber jetzt auch noch mal den bogen zur baubranche zu schlagen da hat jetzt die beratung falkensteg studie noch nicht ganz veröffentlicht aber da kam jetzt die meldung dass auch dass sie auch eben den anstieg der insolvenz in der baubranche für q1 2024 anstieg vergleich zum quartal des vorjahres von 86 prozent sehen also auch hier ja das ist ja das müsste nach meiner leihenhaften einschätzung der kurven die wir hier sehen eigentlich noch mal deutlich stärkerer anteil sein also was wir im vorfall noch mal gesagt hast ist diese kurven die wir hier rechts in dem diagramm sehen sind ja die gesamten unternehmen über alle branchen hinweg wenn ich mir jetzt da am ende mal diesen roten aufwärts haken angucke da sind wahrscheinlich dann die bauunternehmen noch mehr gut mit bedienen beziehungsweise deren anstieg müsste ja noch mal deutlich kräftiger als das ausfallen was wir da sehen das könnte könnte gut sein ich kann es jetzt nicht mit sicherheit sagen aber könnte durchaus sagen ja ja dann wie du sagst interessant zu sehen was sich daraus weiter entwickeln wird so sich ganz gute überleitung zum nächsten eh wie sich das dann auch die laune niederschlägt genau hier haben wir tatsächlich mal auch gute nachrichten also wie immer wir erzählen ja auch nicht immer nur das schlechte sondern auch freuen uns ja auch wenn es mal was gutes gibt und das gute ist dass die geschäftserwartungen auf jeden fall jetzt mal ansteigen das ist schön auch in der baubranche von niedrigem niveau muss man sagen aber sie steigen die aktuelle geschäftslage ist aber immer noch ja unverändert das ist eigentlich sehr sehr ähnlich wie unsere projektkurve eigentlich seit ende 20 22 eigentlich konstant konstanter abwärtstrend aber hier ist natürlich ja ist natürlich schön wenn zumindest die die erwartungen etwas steigen ja wobei steigen von ziemlich niedrigem niveau muss man da auch ganz ehrlich sagen also wenn man sich mal das allgemeine den allgemeinen kurvenverlauf da anschaut das ist jetzt nichts wo man sagen würde hurra wir glauben wieder an den großen aufschwung das ist vielleicht ein bisschen bisschen verbesserte geisteslage in einem schwierigen umstand ja ja genau genau und dann haben wir jetzt das ist aber das kleine special thema da schauen wir uns immer bestimmte themen an sie es mal das thema wärmepumpen vorgenommen einfach aufgrund weil einige von ihnen werden es vielleicht auch mitbekommen haben oranienburg hat jetzt einen zulassungsstopp für wärmepumpen und wallboxes verhängt weil das netz überlastet ist dazu muss man sagen es wird zumindest die es wird zumindest gesagt dass diese jetzt nicht aufgrund des ausbaus von 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 wärmepumpen und ladestationen ist sondern eher wegen fehlplanung industrie wachstum und weiter nichtsdestotrotz sieht man aber natürlich was die ganze problematik dahinter ist und wie schnell doch auch ein stromnetz an seine grenzen kommen kann und da reden wir immer noch von einem sehr geringfügigen ausbau verglichen mit dem was nötig wäre um die ziele zu erreichen und wer dann halt am ende ich sag mal als erstes abgeschaltet wird und in dem zusammenhang ganz interessant hier jetzt auf europäischer ebene über hier quartalsweise zahlen bekannt gegeben wurden in deutschland ist der peak noch ein bisschen mehr in 2023 als 22 oder deutlich mehr aber hier fand ich ganz interessant eben die ja dass man hier schon sieht auch ende 23 ging es schon wieder runter und in deutschland wird für 2024 ein rückgang von 30 prozent der der wärmepumpen verkäufe erwartet also genau das interessante ist ja auch natürlich wenn man da so ein bisschen weiter denkt also es ist ja jetzt nicht zuletzt politisch sehr stark gewollt dass das ja die heizung der zukunft ist wo du dir mal überlegen kannst was das zu engen passen führen wird wenn das halt weiter und weiter um sich greift das sind sicherlich nicht nur die netze in oranienburg die dann da weh und überlastet werden vor allem muss ja auch überlegen wenn du halt immer mehr erneuerbare energie erzeugt dass du halt nicht mehr so konstanten strom durch die netze jagen kannst sondern hat immer wieder diese großen ausschläge hast hochspannend zu sehen wie darf der bau nicht zuletzt mit umgeht ob das überhaupt machbar ist oder halten gedankenspiel bleibt ja absolut und dann welche entscheidung trifft man dann jetzt also weiß auch nicht genau wer jetzt von diesem zulassungsstopp betroffen ist aber ist ja auch nicht auszuschließen dass man dann eben entscheidung trifft und dann plötzlich ja keine heizung in seinem haus hat weil eben irgendwo ein die die reißleine gezogen wird das auch hier an uns mal gedacht schauen wir doch mal sehen wir denn zu dem thema auch was in den projekt daten und das ist eigentlich ziemlich spannend weil auch hier wir uns den anteil der wärmepumpen unter der projekte mit wärmepumpe und wir sehen das ja immer nur für einen teil nicht jedes gebäude das eine wärmepumpe hat da wird es dann auch in der veröffentlichung genannt aber man kann ja trotzdem sehen so im schnitt aber auf den über die relative veränderung und das ist eigentlich interessant weil wir hier auch genau für 2023 diesen sehr starken peak sehen also genau auch da in dem jahr in dem es wirklich in deutschland auch sehr sehr stark angestiegen ist aber auch hier sind wir schon für 2024 einen doch sehr deutlichen rückgang dieses anteils das ist schon wirklich interessant also das müssen wir mal mit den ganzen politischen meldungen dazu zu dem thema übereinander legen kannst du sicher dass nachdem die ankündigungen kamen hey wärmepumpen werden jetzt das große ding du halt diesen ersten großen spike hast danach wurde irgendwann gesagt die förderung wird aber gestrichen dann ist es erst mal ein keller rauscht und dann hat sich vielleicht von alleine wieder ein bisschen erholt bis jetzt allen klar geworden ist was das eigentlich heißt und welche kosten da unter anderem auch auf einen zukommen ob sich das jemals rentiert ja genau 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 ja und das war schon wieder heute eine schnelle runde genau insofern haben wir sogar noch einige zeit für für rückfragen sofern es denn welche gibt so heben sie gern einfach ihre hand oder schreiben sie in den chat dann kommen wir darauf zu zu sprechen wenn es da irgendwelche punkte ihrerseits gibt unter anderem darauf zu kommen ansonsten natürlich auch ein großes thema immer das nächste thema wenn sie da irgendwelche eigenen wünsche haben für themen die wir uns mal angucken oder besondere ideen lassen uns das gerne wissen da kamen schon einige gute zurufe aus ihren reihen als zuschauer und darüber hinaus natürlich wer sich dafür interessiert selber große meta auswertungen zu bestimmten themen zu erhalten gerne jederzeit bei als findet die melden beziehungsweise wenn es darum geht die vertriebsmaschinerie im unternehmen noch mal etwas anzukurbeln gerne bei mir dann gucken wir uns nämlich mal an wie wir da zueinander finden oder alex hat das vergessen absolut perfekt soweit so gut muss ich aber noch mal hier meinen tollen neuen konfetti regen ausprobieren glaube ich kann mir das an der stelle sonst auch beschließen wunderbar dann danke ihnen fürs zuschauen bis zum nächsten mal vielen dank bis dahin